Die Missionsgesellschaft vom Heiligen Geist unter dem Schutz des unbefleckten Herzens Mariens ist eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft. Geschichte Der Männerorden besteht seit dem 27. Mai 1703. Das Seminar vom Heiligen Geist wurde 1703 von Claude Paulat des Places gegründet und widmete sich in der Folgezeit der Seelsorge unter den Pflanzern und Sklaven der französischen Kolonien. Daneben sollten sie sich vor allem im Mutterland für die Erziehung junger Menschen einsetzen und sich der Armen annehmen. Der konvertierte Jude François-Marie Paul Liebermann aus Saverne im Elsass gründete 1841 die Kongregation vom unbefleckten Herzen Mariens. Beide Vereinigungen sind seit 1848 auf Anordnung Roms als Missionsgesellschaft vom Heiligen Geist weltweit tätig. Die Spiritaner spielten in Deutsch-Ostafrika während der deutschen Kolonialherrschaft eine nennenswerte Rolle. Orden 2012 hatte die Kongregation 2993 Mitglieder. Von den Ordensmitgliedern stammen 1666 aus Europa, 1058 aus Afrika oder der Region des Indischen Ozeans, 160 aus Nordamerika, 113 aus Lateinamerika, 7 aus Asien und 3 aus Ozeanien. Außerdem gehören der Kongregation 75 assoziierte Laien aus verschiedenen Ländern an. Von den 565 Auszubildenden stammen über 500 Ausländern der südlichen Halbkugel. Derzeit sind die Spiritaner in 61 Ländern auf allen fünf Kontinenten tätig. Zukünftig will man verschiedene Prioritäten umsetzen. Erst Evangelisierung und Entwicklung in Ländern, in denen Bürgerkriege herrschen, Pastorale und humanitäre Unterstützung von Flüchtlingen, Fremdarbeitern und ausgegrenzten Jugendlichen, Dialog mit dem Islam und den anderen Religionen, eine den heutigen Erfordernissen der Mission. Entsprechende Ausbildung, pastorale Tätigkeit und Förderung der assoziierten Laien. Der Sitz des Generalrates befindet sich in der Klevo diesene 195 in Rom. Der deutsche Hauptsitz befindet sich im Kloster Knechtsteden westlich von Dormagen. Spiritaner Gemeinschaften gibt es in Würselenbräuch, Rostock, Speyer und Stuttgart sowie in Potvinier, Kroatien. General Superiore, Claude-François Paulat des Places, Jacques Gagné, Louis Bouygues, Julien-François Beckett, Jean-Marie Duflos, Jacques Berthoud, Amable Fourdini, Nicolas Warnet, Alexandre Léguay, Alexandre Hippolyte Xavier Monnet, François-Marie-Paul Liebermann, Ignaz Erschwindenhammer, Frédéric Léver-Vesseur, Ambois et Monnet, Alexandre-Louis-Victor M. Leroy, Louis Lehanzeck, Francis Griffin, Marcel-François Lefebvre, Joseph Lecouillard, Franz Timmermans, Pierre Haas, Pierre Schouer, Jean-Paul Hoch, John Fogarty, seit 2012. Siehe auch, Liste katholischer Männerorden.